Servus Leute, heute bin ich mal auf meiner ersten Runde 2022 unterwegs und probiere gleichzeitig meine neuen Reifen mal aus. Die Reifen mal aus. Musik Untertitelung. BR 2018 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 Schön schlammig. Heute teste ich mal die neuen Reifen. Vorne Magic Mary, hinten Big Betty. Sehr schlammig ist es mal wieder. Man sieht es. Das Bike ist schon schön dreckig. Und ich muss sagen, zum Vergleich zum Smart Sam vorher, wo ich montiert hatte, gehen die echt gut durch den Schlick. Also es ist echt super. Und ich muss sagen, jetzt machen wir das bike wieder sauber und dann ist es fertig zur nächsten runde falls euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen da abonniere den kanal und bis zum nächsten video ciao abonniere den kanal